Wie wird ein Gut versichert, das befördert werden soll? Nun, zunächst mal der Spediteur. Versichert auf Wunsch des Auftraggebers. Der Spediteur versichert auf Wunsch des Auftraggebers. Und wenn der Auftraggeber dies wünscht, der wünscht also eine Versicherung, dann muss festgelegt werden, die Art der Versicherung. Also zum Beispiel Transportversicherung, Transport- oder Lagerversicherung. Da gibt es ja verschiedene Arten. Dann muss festgelegt werden, die Versicherungssumme. Und es muss festgelegt werden, die zu deckenden Gefahren. Und dann müssen wir noch irgendetwas machen. Vielen Dank.